einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch meine lieben zuschauerinnen und zuschauer meine esoterisch angehauchten mitmenschen wobei jetzt geht das wieder los meine meine schicksalshaften angehaft hätten ok ok liebe leute ich möchte euch auf einige dinge aufmerksam machen das hier ist ein ich halte es so kurz wie möglich hoffentlich vorspann sozusagen zu dem jetzigen allgemeinen reading auf dass ihr jetzt eigentlich drauf geklickt habt ich möchte euch kurz darauf aufmerksam machen dass ich immer noch in einer ziemlich verzwickten situation bin was mein zeitmanagement für persönliche readings und für allgemeine readings ebenso betrifft gerade in der arbeit geht es drunter und drüber ich habe so viele überstunden zu leisten ich habe jetzt mal ein wochenende erwischt wo ich jetzt nicht arbeiten musste und auch unter der woche nur acht überstunden machen müssen also auf die woche verteilt und ja deswegen werde ich jetzt trotzdem immer noch ich habe immer noch persönliche readings zu absolvieren möchte natürlich auch bald und das lasse ich euch auch gerne noch wissen mittels eines separaten videos wieder persönliche readings annehmen können beziehungsweise anfragen dafür annehmen können aber die jetzigen persönlichen readings werde ich nach und nach arbeiten abarbeiten und jetzt hat es eben die situation entstanden dass ich zwar mehr zeit habe für persönliche und allgemeine readings mir diese aber nicht einteilen kann so wie ich das gerne machen würde heißt ich bin sozusagen auf abruf wenn es jetzt morgen heißt ich muss in die arbeit kommen dann muss ich morgen in die arbeit kommen und schaffe dann die persönlichen readings nicht und der gesundheitszustand meiner mutter hat sich zwar auch gebessert dennoch muss ich ihr noch ziemlich viel unter die arme greifen und auch das passiert quasi auf abruf heißt also im klartext ich habe zwar wieder mehr zeit als jetzt in den letzten wochen aber ich kann sie mir nicht einteilen ergo würden diejenigen die bei euch von euch die bei mir ein persönliches reading buchen würden auf unbestimmte zeit sozusagen warten müssen auch wenn es heißt ja ich habe geduld und wenn es dir passt und und so weiter und so fort ich weiß glaube ich euch auch nur liebe leute wenn ihr dann 45 wochen sechs wochen vielleicht auch nur drei ich weiß es eben nicht wochen auf euer persönliches reading warten müsstet werdet ihr auch irgendwann ungeduldig außerdem mache ich mir selber einen stress so das sind zwei negative aspekte die ich eigentlich nicht haben möchte in der jetzigen situation unter den jetzigen umständen wie gesagt möchte aber dann trotzdem meine doch mehr zeit jetzt ja gewinnbringend möglichst auch hilfestellung hilfeleistung gebend einbringen es gibt da eine möglichkeit die ja auf die ich schon länger eigentlich gestoßen bin die ich mir auch schon öfters mal in meinen gedanken durch den kopf gehen habe lassen wo mich auch einige schon darauf angesprochen haben durch die kommentare oder auch durch readings oder durch die sozialen medien und das ist stichwort weiterführende readings weiterführende readings erkläre ich kurz ihr habt jetzt hier auf ein video geklickt hier ein allgemeines reading ich weiß jetzt nicht genau in welchem monat das ist ja ein video wo ich in jedes allgemeine reading jetzt erstmal am anfang einbinden werde wollt ihr jetzt das natürlich anschauen ich möchte euch bloß eben diese informationen mitteilen so über dieses allgemeine reading was ihr gleich im anschluss zu diesem video hören werdet und sehen werdet habe ich ein weiterführendes reading gemacht ein weiterführendes reading ist sozusagen eine fortsetzung von dem reading wo ihr jetzt gleich sehen werdet beziehungsweise werde ich in diesen allgemeinen weiterführenden readings spezielle umstände genauer durchleuchten vielleicht auch eine bestimmte person genauer durchleuchten eine situation mir genauer anschauen oder die outcome karten nochmal genauer anschauen das wird je nach legung unterschiedlich sein aber wenn dieses allgemeine reading für euch resoniert liebe leute und mit resonieren meine ich resonieren also nicht hier 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 fällt gleichen könig der kelche und ich sage es könnte sein dass ihr es mit einem wasserzeichen zu tun und ihr habt mit einem wasserzeichen zu tun der rest passt überhaupt nicht ja ist das keine resonanz ok das ist dann wirklich ja eigentlich nicht so so verheißungsvoll sage ich jetzt mal wenn ihr aber allerdings und ich habe das ja sehr sehr oft in den kommentaren schon gelesen wirklich das gefühl habt dass diese legung für euch wirklich auf eure situation fast schon maßgeschneidert ist ja wenn ihr euch wirklich darin erkennen könnt und eure situation erkennen könnt dann macht es sinn ein weiterführendes reading anzuschauen über dieses reading kombiniert mit dem allgemeinen reading und dem weiterführenden reading habt ihr dann im prinzip so etwas wie ein persönliches reading für dieses reading muss ich etwas geld verlangen natürlich ich habe ja auch einen höheren aufwand und also das wird nicht viel sein ich glaube zwischen drei und fünf euro so ungefähr trotzdem muss ich dieses weiterführende reading auf einer anderen seite als auf youtube hochladen sozusagen und dort auch anbieten diese seite heißt vimeo wenn ihr davon noch nichts gehört habt beziehungsweise wenn ein weiterführendes reading für euch in frage käme von diesem allgemeinen reading hier ja schaut gerne unten in die infobox rein ich habe das hier als allerersten link wahrscheinlich rein in die infobox schreibe ich noch mal ein bisschen was dazu was bei diesen allgemeinen readings ebenso dahinter steckt beziehungsweise was dazu ja wissen ist sozusagen und dann könnt ihr auch eben dieses weiterführende reading anschauen ich kann euch dazu wahrscheinlich dann wie gesagt im resonanzfall ja mehr hilfestellung mehr hilfeleistung vielleicht auch mehr impulse klarsicht vermitteln okay und das ist natürlich auch die hauptintention dahinter und somit kann ich meine doch mehr vorhandene zeit jetzt auch gewinnbringend wieder sozusagen einsetzen ich hoffe ihr wisst was ich meine und ja wie gesagt wenn es für euch resoniert und ihr das machen möchtet schaut es gerne an wenn nicht auch kein thema persönliche readings werde ich wenn ich wieder neue anfragen entgegennehmen kann euch mitteilen mittels eines separaten video im moment kann ich das noch nicht okay und ja ich hoffe es war alles verständlich ich hoffe ich habe das rüber gebracht was ich rüberbringen wollte das müsste ich eigentlich selbst wissen aber ich in der frage mich gerne selbst ja und jetzt geht es weiter mit eurem video liebe leute vielen dank für die aufmerksamkeit und viel spaß hallöchen liebe krebse ich begrüße euch zu eurem august reading 2020 ein allgemeines reading solltet ihr mit dem begriff allgemeines reading nicht sehr viel anfangen können schaut gerne unten in die infobox ein dort habe ich ein info video verlinkt wo ich das nochmal genauer erklären ansonsten findet ihr da sämtliche weitere links drin ich habe glaube ich auch in dem intro video nenne ich das jetzt mal im vorspann wo ich euch auf die auf die weiterführenden readings hingewiesen habe unter anderem auch schon angesprochen und ja hoffe euch geht es soweit gut hoffe ihr seid ja in einem illustren gesundheitszustand euch geht es gut hoffe ich liebe krebse und ich möchte jetzt mal in euren august 2020 reinschauen was der für euch so potenziell verbirgt beziehungsweise im pedo hat und dazu bediene ich mich wieder einer dieser weisheitskarten sozusagen als hauptenergie ihr kennt das vielleicht mittlerweile und anschließend legen wir die tarotkarten mische jetzt hier noch einmal diese hauptenergie stellt sozusagen die hauptenergie sagt das eigentlich schon sehr gut kann man auch sozusagen die überschrift quasi sagen beziehungsweise die vorherrschende energie sozusagen für euren august liebe schicksal bitte gib mir eine hauptenergie für den august 2020 für meine krebse danke tiefes wissen tiefes wissen liebe krebse finde ich eine sehr sehr schöne energie man sieht hier diese eule auf diesem mond und im hintergrund sieht man noch einen mond hat etwas mit geheimnissen zu tun wer die mondkarte aus dem tarot kennt weiß das diese eule darauf hat auch etwas mit weisheit zu tun und die schaut eigentlich ziemlich zufrieden würde ich behaupten vielleicht kommen da geheimnisse ans licht vielleicht erhaltet ihr auch klarheit vielleicht gibt es da das ein oder andere klärende gespräch in der ein oder anderen situation alles möglich auf jeden fall ist tiefes wissen eure hauptenergie liebe krebse und die zahl 43 rechts oben hat vielleicht auch eine bedeutung für euch vielleicht ist das euer alter vielleicht ist das euer nummernschild ich weiß es nicht könnte aber sehr gut sein mischen wir hier noch einmal die tarotkarten und dann schauen wir mal liebe schicksal bitte gib mir einsicht in den august 2020 meine krebse die zehn der stäbe wie geht es weiter liebe schicksal die neun der schwerter ok das sieht nach lasten aus nach bürden auch nach engsten vielleicht wie geht es weiter der herzschmerz sind ziemlich präsent hier in der mitte des readings kann auch frustration sein können auch herzens gedanken sein die bisher noch unausgesprochen bleiben noch sehr vieles möglich wie es weiter hast der schwerter sehr schön das sieht auch nicht schlecht aus klarheit erkenntnis geistesblitz vielleicht wie geht es weiter ein der page der stäbe ok anpacken tatendrang optimismus auch sehr stark in dieser karte präsent potenzielles outcome die zehn der kirche das stimmt doch zuversichtlich liebe krebse also es dürfte hier ziemlich holprig am anfang august werden zeit ist fliegend ne beachtet das bitte aber es bessert sich hier stetig scheinbar klär jetzt hier natürlich noch weiter eine klärungskarte bitte zu den zehn der stäbe schmerzen die liebenden ok eine klärungskarte bitte zu den neuen der schwerter die gerechtigkeit eine klärung zu den drei der schwerter bitte das ist auch dass er dir ok in der mitte des readings liebe krebse ritter der kirche eine klärungskarte bitte zum ast der schwerter das sind zwei ok der gehängte und okay der gehängte und die zwei der schwerter ast der schwerter zwei der schwerter ok eine klärung noch zum parschen der stäbe bitte das ist der page der schwerter zwei paschen hier in der letzten sparte potenzielles outcome die schattenseite ok kläre noch eine reihe liebe krebse die liebenden eine klärung bitte die achterschwerter das spitzt sich zu das spitzt sich zu hier achterschwerter auf neunterschwerter ein gedanklicher zuwachs in die negative richtung eine klärung zur gerechtigkeit bitte muss man das wünscht oben die zehn der schwerter ich sag doch es spitzt sich zu acht neun zehn ok eine klärung zu den ritter der kirche bitte das sind fünf der schwerter jetzt so viel gedankenkraft hier drin ganze reihe von schwertern hier oben auch schon und nochmals die gerechtigkeit interessant ok eine klärung zum gehenden bitte der eremit und eine klärung bitte zum parschen der schwerter das ist die herrscherin ok outcome potenziell die hohe priesterin seht ihr die outcome karten noch? ja es geht gut liebe krebse wie ihr schon auf den ersten blick erkennen könnt habt ihr hier ungewöhnlich viele schwertkarten schwerter stehen für gedanken ähm es ist luftenergie vielleicht habt ihr es auch mit einem luftzeichen zu tun ich habe hier sehr stark eine waage die zum vorschein kommt muss aber nicht sein ähm 8 der schwerter 9 der schwerter 10 der schwerter 3 der schwerter 5 der schwerter Ass der schwerter 2 der schwerter page der schwerter extrem viel schwertkraft ähm gedanken negative gedanken hauptsächlich selbst sabotierende gedanken sogar hier kommt ein bisschen klarsicht rein aber ähm ihr seid sehr sehr viel in eurem kopf unterwegs liebe krebse macht euch sehr sehr viele gedanken ich bin mir nicht ganz sicher ob es über einen bestimmten menschen geht es geht definitiv um eine sachlage ich meine die liebenden hier ähm repräsentiert wirklich eine herzensentscheidung kann auch sehr gut sein dass ihr es mit einem zwilling zu tun habt nämlich auch das ist ein luftzeichen genauso wie die waage hier muss nicht sein kann sein den anfang hier macht die 10 der stäbe und die 10 der stäbe spricht von einer bürde von einer last auf euren schultern ähm es kann sich hier auch um arbeitstechnische angelegenheiten handeln ich meine aber da ihr hier ja im prinzip umgeben seid von schwertern ähm sind das hier belastende gedanken diese könnten reuevoll sein äh wehmütig sein demütig sein sehnsüchte könnten das sein es kann sehr sehr vieles sein es kristallisiert sich aber mehr und mehr hinaus es ist aber hauptsächlich auch negativ die hauptenergie tiefes wissen tiefes wissen handelt von erkenntnis und diese erkenntnis wird spätestens hier hinten eigentlich symbolisiert durch das ast der schwerter das ist sowas wie eine erkenntnis ein geistesblitz auch eine entscheidung teilweise aber da bringt man etwas in erfahrung beziehungsweise erfährt etwas ich meine diese belastenden gedanken situationen umstände die euch hier auf diesen schultern lasten liebe krebse haben etwas mit einem bestimmten menschen zu tun denn hier die liebenden karte ja steht für ein liebespaar für ein pärchen sozusagen verheiratet nicht verheiratet es kann auch für einen besonderen menschen einfach noch stehen mit dem keine beziehung eigentlich vorhanden sein muss zwangsweise aber ihr macht euch extrem viele gedanken über diesen menschen möglicherweise ein zwilling vielleicht eine waage versteift euch bitte nicht darauf aber es geht hier um einen bestimmten menschen und durch die acht der schwerter hier ist symbolisiert dass ihr euch hier handlungsunfähig fühlt nicht nur handlungsunfähig aber zunächst einmal handlungsunfähig fühlt euch in euren eigenen gedanken quasi gefangen sozusagen meint dass ihr da nicht so leicht rauskommen könnt definitiv und ja auch ein stück weit hoffnungslosigkeit ist hier repräsentiert denn diese schon negativen gedanken spitzen sich weiter zu hier zu dem neuen der schwerter das sind dann schon wirklich albträume schlaflose nächte zermaternde gedanken auch sehnsüchte vielleicht auch reuegefühle und ich meine es geht hier wirklich um ängste vor allem ängste ich meine ihr habt hier tatsächlich Angst vielleicht um eine ganz bestimmte Person beziehungsweise um eine ganz bestimmte partnerschaftliche Beziehung vielleicht auch Liebesbeziehung kann sehr gut sein ähm der ihr sehr sehr hoffnungslos entgegen schaut beziehungsweise darüber nachdenkt ihr hättet hier gerne ich meine das hier die 10 der Kirche ähm es sieht aber meilenweit davon entfernt aus in euren Gedanken das ist ähm etwas was ich betonen muss liebe Krebserl in euren Gedanken sieht es meilenweit davon entfernt aus das muss nicht unbedingt sein es wird hier durch die Gerechtigkeit die hier repräsentiert ist auf den neuen der schwerter geklärt ein Beschluss ein Entschluss dargestellt ein Kompromiss vielleicht auch aber auch ein Urteil es könnte mir es könnte sehr gut sein da es auch hier direkt neben euch ist diese Gerechtigkeit dieser Beschluss dieser Entschluss kann auch sein dass ihr es mit einer Waage zu tun habt aber ich meine ihr werdet hier von einer Entscheidung erfahren was einen bestimmten Menschen nämlich den hier angeht die euch von den 9 der Schwertern die ohnehin schon negativ sind in diese Energie hier verfrachten liebe Krebserl und das ist die 10 der Schwerter eine gedankliche Zuspitzung im negativen Sinne von 8 auf 9 auf 10 eigentlich sehr sehr klar dargestellt hier es nimmt seinen Lauf sozusagen zunächst einmal nicht zum Positiven liebe Krebserl ich meine aber dass es hier oder da es hier eben um tiefes Wissen geht da ein Turn drin sein könnte also eine gewisse Wendung sozusagen passieren wird die 10 der Schwerter ganz klar ganz heftige Gedanken hat hier schon wirklich Sehnsuchtskaliber vielleicht sogar Depressionskaliber für die ein oder anderen von euch kann sehr gut sein muss nicht sein aber die 3 der Schwerter in der Mitte des Readings direkt über euch liebe Krebserl sprechen hier auch Bände sozusagen da geht es um Frustration es geht um Herzschmerz es geht um Herzensangelegenheiten die sich wirklich sehr sehr schwer anfühlen da kann da kann sich eigentlich jeder rein fühlen liebe Krebse aber einige von euch für die das hier resoniert wird das wohl sagen wir mal bis Mitte August sich wirklich zuspitzen Herzensangelegenheiten vor allem gedanklich natürlich werden hier immer heftiger und heftiger werden und das kommt auf euch zu liebe Krebse denn ihr seid hier in der Mitte eures Readings präsent ihr seid hier vertreten ihr strahlt so ein bisschen alles ja aus sozusagen und auch hier die erste Karte ist sozusagen ähnlich wie das tiefe Wissen präsent hier die ganze Legung da unten liebe Krebse das ist der erste Trigger und ein Trigger meine ich damit wo ich jetzt hier wirklich negative Gedankenkraft sehe auf eurer Seite vielleicht eine Waage betreffend vielleicht einen Zwilling betreffend es muss nicht sein wie gesagt auf jeden Fall einen ganz bestimmten Menschen betreffend der eine Entscheidung fällt die euch überhaupt nicht passt liebe Krebse dennoch diese fünfter Schwerter hat zwei signifikante Eigenschaften zum einen handelt es sich hier um Selbstsabotage Selbstsabotage direkt auf euch geklärt heißt ihr malt euch manche Dinge schlechter in euren Gedanken als sie tatsächlich sind pessimistisches Denken übertrumpft optimistisches und teilweise sogar realistisches Denken ihr macht Dinge teilweise schlimmer als sie sind aufgrund von Fehlinformationen beziehungsweise Annahmen auf die ihr euch versteift gedanklich liebe Krebse ich kenne das leider sehr gut vielleicht liege ich auch deswegen zweimal hier drin aber vieles was ihr denkt liebe Krebse ist nicht bewiesen beziehungsweise entspricht nicht der tatsächlichen Wahrheit es ist vieles nur vermutet was ihr denkt und diese Zuspitzung der negativen Gedanken ist hier teilweise sogar selbst verschuldet liebe Krebse ich sage euch das so deutlich die Gerechtigkeit hier auch nochmal mit rausgefallen aber auch wieder auf euch geklärt liebe Krebse hat wieder etwas mit dieser Entscheidung zu tun die hier definitiv euer Gegenüber fällt beziehungsweise dieser Mensch um den es hier geht ich kann nicht genau ausmachen wer es geht auf jeden Fall habt ihr hier Gefühle für diesen Menschen muss nicht partnerschaftlich oder liebestechnisch sein aber auf jeden Fall ist euch dieser Mensch sehr sehr wichtig das definitiv die Gerechtigkeit hier auch nochmal drauf geklärt und hier sehe ich tatsächlich nicht nur diese Entscheidung die euch natürlich direkt beeinflusst ja ich sehe hier aber auch ein gewisses Gleichgewicht ich sehe hier auch eine gewisse Balance drin in dieser Gerechtigkeit hier die diese Kraft hier also diese 5. Schwerter diese Selbstsabotage verändert und ich meine es wird hier einen gewissen wie sagt man denn da einen gewissen Geistesblitz hier oben ist das Ast der Schwerter es ist der typische Geistesblitz aber ich meine liebe Krebse dass ihr euch hier in der Mitte des Readings und das könnte Mitte August sein circa bewusst werdet dass ihr euch hier andere Dinge oder viele Dinge bewusst schwarz malt vielleicht auch intuitiv schwarz malt und sie schlechter darstellt gedanklich mental basiert als sie definitiv sind und ich meine hier handelt es sich um ein Umdenken beziehungsweise um einen inneren Beschluss eine innere Entscheidung die ihr für euch selbst trefft liebe Krebse die euch dazu führen nämlich das ist der Geistesblitz das ist die Erkenntnis das ist die Ast der Schwerter das ist der gedankliche neue Anfang mit den Zehn der Schwertern hier ist mit dem Begriff eben diese diese negativen Gedanken zu übergehen ja was sehr sehr schwer ist natürlich klar ist das schwer aber hier werdet ihr einsehen liebe Krebse dass vieles wie gesagt nicht auf Tatsachen basiert sondern auf Annahmen passiert und das bringt euch in eine völlig andere Richtung das ist nämlich hier symbolisiert wie gesagt die Erkenntnis die Erleuchtung die Eingebung der Geistesblitz und hier kommen der Gehängte und die Zweiderschwerter auf das Ast der Schwerter Zweiderschwerter hier seid ihr definitiv am Abwägen liebe Krebse wie viel von euren negativen Gedanken die ihr euch hier verbreitet macht denn tatsächlich wahr sind der Wahrheit entsprechend Ast der Schwerter spricht auch von Wahrheit und wie viel ihr euch davon im Prinzip nur zusammen reimt liebe Krebse ich hoffe ihr kommt mit ich hoffe ihr wisst was ich meine mit den Gehängten hier ist nämlich auch ähnlich wie ich es hier schon gesagt habe ein gewisses Umdenken dargestellt dieser Mensch hier und es hat hier wirklich sehr sehr viel mit Gedankenkraft zu tun weil er hier umgeben von Schwertern ist deswegen sehe ich hier eigentlich keine Stagnation drin sondern ein Umdenken drin das ist nämlich eine weitere Eigenschaft des Gehängten er denkt hier über andere über viele Sachen über hauptsächlich diesen Menschen natürlich und alles was damit zu verbinden ist in euren Gedanken herrscht hier ein Umdenken statt ihr schaut euch die Sachlage von einem anderen Blickwinkel aus an ihr überdenkt sehr sehr vieles was ihr bisher angenommen habt und werdet das mit Tatsachen vergleichen denn auch hier der Eremit spricht davon er handelt von ja angeeigneten Wissen tiefer Innenschau erlangter Weisheit davon spricht hier der Eremit auf den Gehängten geklärt ich meine liebe Krebse euch wird hier vieles bewusst werden dieses tiefe Wissen hier diese Hauptenergie liebe Krebse ich meine durch eine gewisse Innenschau durch eine gewisse realistischere Denkweise nicht so diese diese komplett negative Denkweise hier sondern eine realistischere Denkweise ich rede hier nicht von übertriebenen Optimismus obwohl der hier sowieso folgt ja aber ich meine dass ihr hier die Dinge nicht so schlecht anseht weil sie aufgrund eurer Erkenntnis gar nicht so schlecht sind teilweise ok das sagt hier der Eremit auf den Gehängten und es folgt wie schon gerade kurz angesprochen der Page der Stäbe und der Page der Stäbe spricht einerseits von Optimismus andererseits auch teilweise von Naivität ich sehe hier aber eher den Optimismus drin denn wenn ich mir diese pessimistischen Gedanken hier anschaue die hier vorrangig in den ersten beiden Augustwochen Zeit ist fließend ja aber vorrangig dort eigentlich in eurem Kopf vorgehen liebe Krebse ist das hier eine wunderbare Energie hier der Typ das ist auch derjenige der hier wirklich nach vorne blickt der etwas bewegen möchte der so einen gewissen inneren Aufschwung hat ich hoffe ihr wisst was ich meine und es folgt darauf der Page der Schwerter und der Page der Schwerter ist derjenige der sich hier wirklich auch die die Sachlage anzieht und sich weniger auf das Intuitive beschränkt ja so wie es hier die erste Outcome Karte macht sondern eher auf das was er sieht was er hört und was er weiß und das ist wichtig das ist sehr sehr wichtig ich nenne ihn auch gerne den Beschützer den Beobachter aus der Ferne es kann hier wirklich sich um eine Waage handeln es muss nicht sein aber hier der hier schaut sich jemanden genau an in dem Fall diesen Menschen natürlich urteilt und denkt aufgrund dessen was er sieht und was er weiß was definitiv so ist was Fakten sind er beschränkt sich hier auf Fakten ja und nicht mehr auf Annahmen und ich meine liebe Krebse das ist ein sehr sehr wichtiger Schritt den ihr hier gehen werdet weil hier in der Herrscherin erkenne ich euch die Herrscherin ist hier ja eine Karte es kann auch für euren Gegenüber stehen dass sie euch hier euren Gegenüber wirklich ganz genau anschaut aber ich meine auch eure Energie hier drin zu spüren liebe Krebse und das ist eine wunderbare Energie denn da seid ihr definitiv bei euch selbst angelangt ok liebe Krebse die Outcome Karten sehen sehr vielversprechend aus teilweise ok 10 der Kelche ja ideal ideale Ausgangsenergie hier aufgrund dessen da ihr hier umdenkt liebe Krebse euch auf Tatsachen beschränkt und nicht mehr auf Annahmen beschränkt das ist Hinweis Nummer 1 sozusagen das ist Outcome Nummer 1 für die meisten wird das auch eintreffen für die es hier resoniert natürlich für andere und das meine ich ist ein geringerer Anteil von euch wird sich hier weiterhin auf seine Intuition verlassen auf sein Bauchgefühl verlassen ich würde diese Karte tatsächlich als neutrale Karte sehen denn auch durch diese durch diesen Beobachtungsmodus durch dieses auf Fakten basierende Denken und Handeln ja kann das auch hier sehr gut für das Outcome stehen und da verlässt man sich auf sein Bauchgefühl diese diese hohe Priesterin hat eine sehr sehr starke ausgeprägte innere Ruhe weil sie die Dinge kennt und nicht annimmt okay beschränkt sich hier auch auf Tatsachen und das ist ebenso so gesehen eine wunderbare Energie in die ihr hier potenziell gelangen werdet liebe Krebse andererseits kann man ich sehe sie nicht hier so aber in Bezug zur Schattenseite sehe ich sie dann so dass sie euch hier weiterhin doch wieder auf diese Annahmen basiert auf dieses pessimistische Denken quasi fixiert mental gesehen natürlich und dann euch wieder immer wieder weiter von diesen Zehn der Kirchen entfernt liebe Krebse für viele für einige von euch könnte das vielleicht auch so gehen weil auch die Schattenseite spricht hier von Ängsten von Zukunftsängsten und auch von Zweifeln sehr sehr stark sogar von Zweifeln okay die hohe Priesterin stellt eben diese dieses Bauchgefühl da diese Vorahnung da und für einige von euch ich meine für die Mehrheit von euch wird dieses Bauchgefühl eher in das Positive gehen für wenigere von euch wird dieses Bauchgefühl eher im Negativen bleiben einige von euch werden in dieser Energie verweilen liebe Krebse die ich hier durchaus positiv sehe und andere rum andere wiederum rutschen vielleicht wieder in dieses Denken zurück so oder so hat es hier sehr sehr viel mit Gedankenkraft zu tun ungewöhnlich viel Gedankenkraft für euch liebe Krebse aber Gedanken durch die man durch muss Gleichgewicht sehe ich hier erlangtes Gleichgewicht erlangtes Wissen ist sowieso die Hauptenergie sieht man auch hier spätestens im Gehengten drin liebe Krebse ich hoffe ich konnte euch hier einen Einblick gewähren in das was potenziell ansteht im weiterführenden Reading würde ich gerne eher erfahren um welche Person es sich hier handelt was da passiert ist was die Umstände sind die euch hier in so eine krasse Gedankenkraft eigentlich verfrachten ich schaue mir die Outcomes auch nochmal genauer an obwohl die mir eigentlich sehr sehr deutlich sind hier aber das hier würde mich sehr sehr interessieren um was es hier geht um welchen Menschen es geht ich hoffe ich werde da einiges rausfinden wenn ihr möchtet schaut es euch gerne an falls das für euch resoniert wie gesagt ja ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren August liebe Krebse ja ich würde euch sagen ich würde euch gerne sagen denkt nicht so viel nach aber ich glaube das ist etwas wo ihr durch müsst liebe Krebse und das Outcome hier sieht vielversprechend aus also ja viel Geduld viel innere Ruhe liebe Krebse das wünsche ich euch definitiv anhaltende Gesundheit natürlich ich hoffe natürlich auch dass es euch gefallen hat dass ihr mir vielleicht Likes Feedback Spenden, Views, Kommentare da lassen würdet wenn ihr möchtet und dass euer Interesse an meinen Readings weiterhin groß bleibt und dann würde ich sagen ich hoffe wir sehen uns wieder liebe Krebse und bis dahin macht es gut schnaufe und bis dann schnaufe